Hallo zusammen, Produktvorstellung, LED-Lampen, die so hell sind wie Blitze, ob das stimmt, ob man damit tatsächlich Blitzfotografie quasi ersetzen kann, haben wir ausprobiert und wir haben ein paar interessante Erkenntnisse gewonnen, die ich hier verraten möchte. Wir stellen das Gerät natürlich selbst vor und am Ende sage ich dir, ob das die richtigen Lampen für dich sind, wenn du filmen und oder wenn du fotografieren möchtest, beziehungsweise für welche Art von Film und Fotografie ich sie sehr empfehlenswert finde oder eben nicht. Der wichtige Disclaimer, das sind Testgeräte, die unser Roller leihweise zur Verfügung gestellt hat und nach diesem Video schicken wir die auch zurück zu Roller. Das hier ist die Lampe, eine 500er, Soluna 500 Pro und die Soluna 300 Pro beleuchtet mich jetzt in einer großen Softbox. Die sehen prinzipiell gleich aus, die 500er ist halt heller. Die Lampe selbst hat einen Bauinsanschluss und vorne hat eine große helle LED. Die Steuerung erfolgt hier über das Netzteil, das ist extern, das ist super, weil dadurch ist die Lampe relativ leicht. Das ist wichtig, wenn ich die mal irgendwo hoch aufs Stativ stellen will und gleichzeitig beschwert das Ding das Stativ. Das kann so ein Stück weit einen Sandsack ersetzen, das hatten wir bei einem Shooting tatsächlich, haben Sandsäcke mitgenommen und haben sie dann nicht gebraucht, weil wir die Dinger da dran haben, weil die relativ schwer sind. Hier kann man Batterien ran tun, zwei Stück. Bei der 300er, die kann man mit einer Batterie betreiben, für die 500er braucht man zwei Batterien. Das sind V-Mount-Batterien, das ist ein Industriestandard, die gibt es in verschiedenen Größen. Die, die wir dabei haben, gibt es auch bei Rollei zu beziehen, optional, die sind nicht steilmäßig dabei. Die kommen hier mit so einem Clip, mit dem kann man die an Stativ ran machen, sehr professionell und das hält dann auch bombenfest. An dem Netzteil ist die Bedienung der Blitze, der Blitze, der Lampen dran. Nicht nur Helligkeit und An- und Ausmachen, sondern hier kann ich auch verschiedene Modi durchschalten, dass man so ein Gewitter simulieren kann. Und ich kann hier vor allem auch den Lüfter ausschalten. Die LED-Lampen in dieser Helligkeit brauchen, in der Regel brauchen die einen Lüfter, die kann man abschalten. Die Lampe beleuchtet mich jetzt ohne Lüfter, wie man hört. Wie Sie hören, hören Sie nichts. Er beleuchtet mich jetzt ohne Lüfter auf 15% Leistung. Das geht bis 30%, dann muss man den Lüfter anmachen, beziehungsweise geht der Lüfter auch an, wenn man im Automatikmodus ist, der ist temperaturgesteuert. Die hier ist die hellere mit 500 Watt, die könnte also dementsprechend 30% von 500 Watt, könnte entsprechend heller werden. So, die Bedienung muss ich aber nicht hierüber machen, sondern es gibt eine optionale Fernbedienung, beziehungsweise man kann das auch über eine App steuern. Wir haben die auf dem iPhone ausprobiert, die gibt es aber auch für Android. Warum ist das wichtig? Mehrere Szenarien. Ich habe eine Lampe, so wie jetzt hier, ich bin alleine hier, ich beleuchte mich und ich sehe mich auf dem Display und sehe, ach, ich bin zu hell. Da würde ich die Lampe dunkler machen. Normalerweise müsste ich rumlaufen, Lampe runterdrehen, mich wieder hinstellen, ach, das war zu viel, zurücklaufen, total fummelig. Mit einer Fernbedienung stehe ich hier, stelle das ein und gut ist. Und wenn man eine große Filmproduktion hat, 5, 6, 7 Lampen, dann misst man das Licht aus. Da gibt es Lichtmessgeräte, stellt man sie irgendwo hin und sagt, aha, die Lampe von rechts ist zu hell. Und dann muss da keiner stehen und dann eine Lampe drehen, sondern man nimmt die Fernbedienung und sagt, Lampe 5, dunkler machen, voilà. Ja, also für professionelle Setups gang und gäbe und ja, eigentlich fast essentiell, dass man mehrere Assistenten hat zum Licht einstellen oder eine Fernbedienung. Das zur Kurzvorstellung. Ich verlinke direkt auf die Rollei-Seite, wo nochmal alle technischen Details sind. Da steht auch sehr ausführlich, zum Beispiel, wie lange so ein Akku hält, weil es immer die Frage, wie lange hält der. Ja, wir haben Pferdeshooting gemacht, dazu gibt es ein eigenes Video, separat, das wir die Tage veröffentlichen. Und da haben wir bei 0 Grad Temperatur, waren wir draußen, also draußen in der Halle, bei 0 Grad Temperatur, die 500er auf volle Leistung mit zwei Akkus. Und nach einer ganzen Stunde voller Leistung waren die noch so auf ungefähr 75 Prozent Leistung. Also die halten dann eine ganze Weile bei Raumtemperatur entsprechend. Länger steht alles bei Rolle auf der Seite. Wir haben mehrere Shootings gemacht. Wir haben zum Beispiel den Vancouver fotografiert. Mit Vancouver ist ein schwarzes Pferd und schwarzes Pferd in der dunklen Halle, vor schwarzem Hintergrund also demnach. Das ist was, was man normalerweise mit Blitz machen würde. Das habe ich auch schon mal gemacht mit Blitz, sowas ähnliches, in der genau der gleichen Halle. Für mich, ich bin kein, ich habe von Pferden keine Ahnung, ich habe auch keine Routine mit Pferdefotografie. Das ist für mich schwierig, die Situation, weil ich so ein Pferd nicht verstehe. Und dementsprechend sind Lampen natürlich viel einfacher als Blitzen, weil bei einer Lampe sehe ich das fertige Bild. Mit einem bloßen Auge und wenn ich durch die Kamera gucke, sehe ich in einer Live-Vorschau. Der Autofokus geht vernünftig. In der gleichen Situation mit Blitzen wäre fokussieren viel schwieriger gewesen, weil die Blitze natürlich nicht so hell sind, wenn ich das dauerlich schon mit Blitz anmache. Das heißt, es hilft dafür. Es hilft auch dem Pferd in dem Fall, weil wir haben das, wie gesagt, schon mal mit Blitzen gemacht. Und da haben wir eine ganze Weile gebraucht, um das Blitz an die Blitze zu gewöhnen, das Pferd an die Blitze zu gewöhnen. Also Pferd irgendwo hingestellt, Blitz angemacht, mal ein paar Mal geblitzt, Pferd ein bisschen dichter gebracht, ein paar Mal geblitzt, Pferd ein bisschen dichter gebracht, bis der dann das quasi ignoriert hat. Bei den Lampen, das war dem völlig egal, hat den überhaupt gar nicht gestört, die Lampen. Und das macht natürlich viel, viel einfacher. Das heißt, das Shooting war durch die Lampen prinzipiell einfacher als mit dem Blitz. Geht das genauso gut wie mit dem Blitz? Ja, prinzipiell schon. Dafür muss man wissen, dass so ein großes, das Pferd ist einfach groß, wenn ich das in einer Softbox habe, das Licht, dann kann ich gar nicht genug Licht haben. Das ist natürlich immer so. Ein Blitz wäre, es gibt Blitze, die sind leistungsfähiger als diese Lampen, aber nicht viel Luft nach oben. Aber dadurch, dass ich jetzt halt eben beim Blitz kann ich nicht Dauerfeuer machen. Beim Blitz machen wir Blitz, dann braucht das 1, 2, 3 Sekunden, bis er wieder blitzen kann, dann kommt der nächste Schuss. Bei der Lampe kann ich Dauerfeuer machen. Das heißt, das Pferd, wenn das so ein bisschen sich bewegt, kann ich auch mal 10 Schüsse machen und habe dann schon einen dabei, wo der Kopf halt so ist, wie ich das haben will. Das ist für die Pferde sehr gut, auch für Sportler natürlich komme ich gleich drauf. Also da haben sich die Lampen bestens bewährt, würde ich tendenziell wieder so machen, weil es für mich viel einfacher ist als mit Blitzen. Obwohl ich mit Blitzen sehr gut umgehen kann, weil ich, wie gesagt, das fertige Licht sehe und von Pferden keine Ahnung habe. Für mich fast spannender war aber die Felicitas Vogt, die ist Europameisterin im Boxen. Die war letzte Woche bei uns und da haben wir auch die Lampen genommen für verschiedene Setups. Und jetzt wird es spannend, weil Sportler mache ich seit vielen Jahren. Blitz, ich habe da so mein Standard-Setup, das ich mit Sportlern mache, das mache ich immer mit Blitzen und nicht mit Lampen. Warum nicht mit Lampen? Das ist ja einfacher eigentlich. Weil Lampen bislang nicht so leistungsfähig waren in einer Preisklasse, die ich mir leisten konnte. Also LED-Lampen in Hell gibt es ja schon lange, aber furchtbar teuer. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich mit Blitz halt einfach so viel mehr Power habe, aber vor allem auch dieses extrem kurze Licht, das ich habe. Dadurch kann ich Bewegung einfrieren. Die Box ist in der Box, zack, die ist super schnell und mit dem Blitz, zack, ist es eingefroren. Ich habe ein scharfes Bild, egal wie schnell die sich bewegt. Jetzt haben wir gesagt, ja, pass auf. Aber ist das wirklich cool? Weil das Problem ist ja beim Fotografieren, wie zeige ich Bewegung? Gar nicht so einfach. Gerade so eine Box, wenn man sich schlägt und ich will Bewegung zeigen. Und ich denke dann immer, wie würde ich es im Comic machen? Im Comic würde ich eine Faust zeichnen und dann so Striche ranmalen. So malt man ja im Comic eine Bewegung. Können wir das auch fotografieren? Ja, können wir auch fotografieren. Deswegen haben wir die Lampen genommen. Wir haben eine Nebelmaschine angemacht, wir haben die Lampen hingestellt. Und dann hat sie halt eben Richtung Kamera geboxt, so ein bisschen Schattenboxen. Und dann habe ich eine lange Verschlusszeit genommen. Und lang heißt dann so ein Hundertstel, Zweihundertstel dazwischen haben wir uns bewegt. Und dann habe ich halt eine Langzeitbelichtung in Gänsefüße von der Faust. Gleichzeitig ist der Kopf aber relativ eingefroren, weil sie sich den natürlich weniger bewegt. Na klar, sie bewegt den, aber nicht so schnell wie der Arm. Und dadurch konnte ich dieses Foto machen, was dann also unser Zielfoto war. Das hätte ich mit Blitzen nicht machen können. Jetzt schreiben einige von euch doch, das hätte ich auch mit Blitzen machen können. Zweiter Verschlussvorhang. Nein, hätte ich nicht. Warum nicht? Weil das Problem beim Blitz, wie ich gerade schon sagte, ich mache ein Foto und ich brauche ein, zwei Sekunden, bis ich wieder blitzen kann. Und das Problem ist ja, ich will ja genau den richtigen Winkel finden. Dass sie nicht die Hand vor dem Gesicht hat und die andere nicht vor dem Gesicht. Und der Arm aber auch nicht hier, sondern er soll ja genau so sein. Mach das mal. Wenn sie super schnell ist. Geht nicht. Könnte sie das langsam machen? Könnte sie sich hinstellen? Ja, sie kann sich hinstellen. Aber man sieht das im Foto an, dass sie steht. Und man sieht im Foto jetzt an, dass sie sich bewegt. Also mit Blitz wäre das so nicht gegangen. Wenn du das schon mal mit Blitz gemacht hast, schick mir gerne einen Link. Da freue ich mich drüber. Also das ist tatsächlich ein Vorteil von diesen Lampen gegenüber Blitzen. Solche Szenarien. Wo du, das gleiche gilt zum Beispiel auch für Tänzer. Ganz beliebt bei Tänzern. Viele stehen auch drauf, Frauen, irgendwie lange Haare. Und man kann die Haare so ein bisschen wehen lassen im Wind. Das geht mit Blitz auch nicht. Das geht mit Blitz und Tageslicht kombiniert. Ist aber relativ aufwendig. Mit Lampen geht es einfach so. Und so weiter. Also man kann damit Sachen tatsächlich machen, die man mit Blitzen so nicht machen kann. Und inzwischen halt auch mit ausreichend viel Leistung. Nebenbei, falls es dir nicht aufgefallen ist, wir hatten Tageslicht an. Die war mittags hier, die Felicitas. Das heißt, wir haben eine große Fensterfront. Da war ganz normal hell. Also Autofokus geht etc. Und die Lampen sind halt heller als das Tageslicht im Raum. Nicht in der Sonne, aber hier im Raum. Aber das ist das Entscheidende. Zweites Setup haben wir noch gemacht. Das zeige ich auch ganz kurz. Und zwar haben wir da diese Szene gemacht. Da sitzt sie und bindet sich die Bandagen. Das ist bei uns hinten in der Fitness-Ecke. Und da haben wir auch Umgebungslicht. Da ist ein großes Rolltor mit Glasfestscheiben drin. Das heißt, da kommt relativ viel Licht rein. Das heißt, ich mache das Bild deutlich unterbelichtet. Um ein bisschen moody Stimmung zu haben. Auch da haben wir die Nebelmaschine angemacht. Und so ein bisschen Rauch-Staub-Stimmung erzeugt. Und dann halt eine von den Lampen hingestellt. Mit einem Reflektor rund. Ein runter Reflektor. Und ein Grit drauf. Sodass das Licht nicht so ist, sondern so ein bisschen gerichtet ist. Und sehr hartes Licht ist. Und das gibt dem Ganzen halt so die Edge. Sodass halt dieses hartere Licht entsteht. Und wieder ist es ein Dauerlicht. Ich sitze auf dem Boden und gucke da durch die Kamera. Und sage, ja, drehe mal Kopf nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Hoch, runter. Das heißt, ich kann sie sehr präzise steuern. Und kriege das Bild, was ich haben will. Ohne, dass ich da viel experimentieren muss. Weil ich sehe das fertige Bild ja schon vor mir. Also viel einfacher als mit dem Blitz. Und auch da, man täuscht sich. Da war die große, die 500-Watt-Lampe, auf voller Leistung. Weil dieser Reflektor mit dem Grit drin ist, der schluckt halt sehr viel Licht. Das heißt, ich habe nachher nicht 500-Watt-Leistung, sondern nur einen Bruchteil davon. Und deswegen musste ich halt relativ hell sein. Das ging vorher mit allen anderen LED-Lampen, die ich bislang hatte. Konnte ich das nicht machen. Wollte einfach zu wenig Power haben. Mit dem Blitz würde das gehen. Aber auch nur mit einem starken Blitz. Also da täuscht man sich, wie viel da verloren geht. Entfernung und dann halt das Grit davor. So, Fazit, Zusammenfassung. Sollst du sie dir kaufen oder nicht? Bei Roller ist es so, die haben diese Luna-Serie. Das ist eine ganze Serie. Das heißt, da gibt es auch Einsteigermodelle mit relativ wenig Leistung. Es hängt davon ab, was du haben willst. Wenn du YouTuber werden möchtest, so wie ich, und dich einfach selbst filmen willst, dann brauchst du ein bis zwei Lampen und die müssen nicht furchtbar hell sein. Die sind nah an dir dran. Du kannst den Raum kontrollieren. Wir haben jetzt jede Vorhänge zu. Der Raum ist dunkel, wenn wir die Lampen ausmachen. Das heißt, wir haben nicht viel Licht. Also das ist die 300er auf ungefähr 15% Leistung. Also viel zu hell. Völlig unnötig im Grunde für dieses Setup. Wenn du aber Tageslicht und Lampen kombinieren möchtest, egal ob für Film oder Foto, dann ist mehr besser. Dann kannst du gar nicht genug Power haben. Dann würde ich auf jeden Fall eine von den 500er nehmen. Gerade wenn du mehrere kaufst, vielleicht eine 500er und eine 300er, so wie wir das jetzt hier hatten oder sogar mehrere 500er, je nachdem, was du halt vorhast. Also wie gesagt, mehr ist natürlich immer besser. Und nicht vergessen, du hast bei 30% Leistung keinen Lüfter. Hier ist es bei uns so, das Mikrofon ist hier direkt vor mir. Die Lampe ist ganz dicht neben dem Mikrofon. Wenn da ein lauter Lüfter brummt, dann kann ich nicht filmen, weil ich dann Audio nicht habe. Wenn du Musikvideos filmst, dann ist das vielleicht egal. Das wäre noch so eine Abschätzung. Der Lüfter ist relativ laut. Also das würde ich für dieses Setup nicht nehmen mit Lüfter. Aber wie gesagt, 30% von 500 Watt ist viel mehr als ich brauche. Deswegen die Frage ist ein bisschen, welche von beiden. Was uns jetzt besonders gefallen hat, ist diese Geschichte, dass ich tatsächlich mit den Akkus arbeiten kann, dass das so unkompliziert ist. Keine Kabel liegen rum und so weiter, gerade bei dem Pferdeshooting. Aber die sind optional. Muss wieder ein bisschen jeder selbst wissen. Wenn du sagst, du machst Videos im Sinne von Imagefilme zum Beispiel. Also das kann ich vielleicht noch erzählen. Denn ich habe ja für mein Handwerkerbuch verschiedene Handwerker fotografiert. Und da habe ich gesagt, ich gehe in die Werkstatt und nehme das Licht, das da ist. Aber komme ich am sonnigen Tag oder am bewölkten Tag? Zum Beispiel das Beispiel mit dem Schumacher. Da war es so, der hat einen Eckladen, das heißt, er hat zwei Fensterfronten. Und es war ein bewölkter Tag und dann irgendwie Häuser und so weiter. Also kam relativ wenig Licht rein. Und super gleichmäßig, also sehr langweiliges Licht. Und dann stand ich da, habe ihn fotografiert und habe mir die ganze Zeit gedacht, ich würde so gerne das Licht richten. Ich hätte gerne eine Sonne, die irgendwo reinscheint oder sowas. Ja. Ich könnte das Ding vors Fenster stellen, Duschvorhang an die Scheibe kleben, das Ding vors Fenster stellen und schon hätte ich halt ein gerichtetes Licht von einer Seite. Und das würde total natürlich aussehen, als wenn da irgendwo ein Sonnenlicht wäre. Und dann ist egal, ob ich das fotografiere oder filme. Genau diesen Effekt halt, dass ich Licht so ein bisschen beeinflussen kann, das konnte ich bislang nicht, weil LED-Lampen einfach zu wenig Power haben. Und das kannst du damit machen. Fotografieren. Für wen empfehle ich das? Wenn du sagst, Blitzen ist dir zu kompliziert. Ja, Lampen sind einfacher, natürlich. Und die sind, wie gesagt, hell genug. Zum Beispiel, wenn du sehr, wenn du so intime Portraits machen willst, also Akt-Fotografie, Dessous oder auch so Muskelsportler halt, genau das gleiche Thema. Du willst viel mit Licht und Schatten arbeiten. Dann ist das mit Blitzen schwierig. Das geht mit Blitzen, mit Einstelllicht, aber da muss der Raum super dunkel sein und ist alles gleich so wieder ein bisschen komisch. Dann geht der Autofokus nicht und so weiter. Mit den Lampen. Easy. Du siehst das fertige Bild. Du guckst in die Kamera, siehst das fertige Bild. Du kannst genau sagen, irgendwie Schulter ein bisschen höher, ein bisschen drehen. Ja, das ist super einfach. So. Ich hoffe, das war interessant und nützlich. Falls du sie dir kaufst, ganz viel Spaß damit. Falls du sie nicht kaufst, dann sehen wir uns so oder so im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.